Willst du mal einen Ball? Wie wär's damit? Wenn wir ihn fünf Minuten halten können, behalten wir ihn. Wenn nicht, klärt er euch. Hier oben! Ups. Moritz hat nur eins im Kopf. Fußball. Da kann er noch so weit wegziehen. Hallo, Opa. Was denn du hier? Als echter Fußballer geht er niemals auf. Beim nächsten Mal sind's Bowling-Kugeln, kapiert? Fehlt nur noch das richtige Team. Wow. Was war das denn? Ey, Jungs! Deine neue Meinti sind scheiße! Jetzt sind sie komplett. Ja! Äh, ich bin ausgerutscht. Jo, Mann! 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 Katharina. Also los! Ihr Schuss ist unhaltbar. Okay, das Spiel hat Ballbesitz. Wer den Ball am längsten hält, hat gewonnen. An die Arbeit! Los! Ja! Und du? Ich bin der Manager. Jetzt müssen sie beweisen, dass sie es drauf haben. Ja zum Teufel! André! Yeah! Ich glaub, die haben Tor geschossen. Ja und jetzt! Komm, 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 komm! Wer die Kohlenbezfeiert grillt sie! Hä? 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 Wer sie sind? Wer sie sind? Die Teufelskicker! Die Teufelskicker!